Museumsuferfest 2017 in Frankfurt am Main. Kunst ist Vielfalt. Kunst ist Leben. Kunst ist Frankfurt. Das große Kunst- und Kulturfestival findet vom 25. bis 27. August am Frankfurter Mainufer statt. Sommerliche Festivalatmosphäre, erstklassige Ausstellungen, spannende Führungen und tolle Workshops in 22 Museen. Livemusik auf 17 Bühnen und jede Menge Kunsthandwerk. Lesungen und Drachenbootwettkämpfe, internationale Küche und gigantisches Feuerwerk. All das ist Museumsuferfest in Frankfurt. Auf der Kinderkulturwiese am Nordufer erwartet kleine Museumsfans ein besonderes Programm mit Puppentheater, Musik und Workshops. Wir freuen uns auf euch und wünschen viel Spaß auf dem Museumsuferfest 2017. Mehr Informationen unter museumsuferfest.de